Hallo, mein Name ist Ima und ich komme aus den USA. Ich mache einen Deutschkurs hier bei den Karl Duisburg Zentren in Köln. Ich spreche zwei Sprachen, Englisch und Deutsch. Meine liebligen Schriftsteller sind Jane Austen und Truman Capote. Nächstes Jahr möchte ich wieder nach Deutschland reisen. Ein Zublihan ist gerade ganz oben auf meiner Musikplaylist. Ich bewundere meinen Vater, weil ich niemanden kenne, der ihn nicht mag. Mein Lebenstraum ist die ganze Welt zu sehen. There are no limits.